jetzt sind die sachen hier wieder nach hatte naja eben haben haben wir dann voller hp ich werde direkt granaten werfen wenn ich hier leute sehe ja ich werde werde mal meinen fernzünder ausrüsten und das gleiche mal hier platzieren ich bin ein hier irgendwo erwarte ich weiß ich auch ob er jetzt gleich noch da ist weiß ich ja nicht dann platzieren gleich platzieren auf der rechten seite ja ich platziere in der mitte hallo ich weiß dass jemand da ist aufmachen sind sie die dinger bringen uns um wir sind es doch nur ok ok erledigen sie zuerst das war gut dass das wort viele gegner und das auf der rechten seite ja genau da wo du stehst wir kriegen gesellschaft es ist keine zeit mehr zu beten von der rechten seite da sind jetzt kommt noch welche von der mittags ja ich habe noch mehr schön des lebens einladen da kommt hier rüber aber die leben noch die alle noch sex band von granate und gestört davon sind von granate noch einer jetzt war die kaffee da hat er ein platz ist noch in der mitte da kommt mir nicht da kommen wir welche okay ignoriert einfach zur türe war schnell 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 trotzdem noch nicht okay das ist schlimmer als jeder montag ja wie geht es tut mir leid wir sind keine rettungskräfte dort ist eine geheimtür die in den keller führt wir müssen sie irgendwie aufkriegen sagen sie mir was da unten ist waffen viele waffen ja ich habe auch noch munition mir geht noch 20 pistolen von den anderen schrotgewehren habe ich sehen zwar sie auch hier gleich mit einer ganzen armee aber dass ein kraut ja ich habe auch ein kraut eingesammelt ich habe ich habe nichts zum kombinieren die jetzt eigentlich mein inventar ist so gut wie leer das einzige was ich halt wirklich habe sind vier brandgranaten ich mache damit ich habe nur sechs stücke ich schaue mich mal oben war ich auch glaube ich sehe sie auch nirgendwo munition ein paar fässer zum kaputt machen ja ein bisschen schrot munition bekommen ich glaube darum muss mich hinschicken ist eine kaputte leiter worte wurde ich hoch schießen kannst ja ja ich kann nicht hier hoch schicken oder hier dann schicke er mich nach oben ja dann und hoch mit dir laufen die ist irgendwo tatsächlich ein kraut das ist auch grün ja mal grau das kraut mit müssen wir jetzt so ein schrotgewehr sonst also hätte auch eins gerade benutzt dieser statu ist in stufen hier war was offen das fällt schon was ein noch eine struktur gefunden irgendwo da unten links war irgendwie eine tür glaube ich ich habe jetzt eine leiter für dich das ganze auch ja auch wissen so ja hier sagt kraut nach rechten ecke irgendwo einsammeln ich glaube ich weiß wo man die statu reinpacken muss da ist ein so ein ding ist gut aber das ist die truhe oder das ist nicht drin ich dass mein finger davon erst mal erst mal gucken was hier neu ist hier zum beispiel eine tür gewesen glaube ich nicht die hier aber hier ist nichts was das leer ich habe hier eine nichts bei den heiligen mütter weisen den weg ich nehme an da muss man bei den starten reinpacken ja ich glaube beide zur gleichen zeit ja dann bleibt man da ich gehe und ja mach mal ok ok bei 3 1 2 3 und wir sind so klug jetzt läuft es doch und ja wir können nur einem ich sehe gerade wie wir haben die mentale mit 1 2 3 zimmer 1 2 4 5 6 7 8 9 ok ich habe so eine sinne man kann aber ich habe mir ein paar kräuter machen anscheinend dann macht ihr mal ein paar tic tacs ich verstehe nicht warum hier sind auch einige die deutsch sprechen und hier sind einfach einige die einfach nur englisch sprichst du stehst nicht erlässt uns hat einer auf japanisch gesprochen echt ja so doch gesagt er lebt den letzten part aber so ein japaner beschützen mussten stimmt ein hebel nehmen sie den anderen anderen wo hat er auf der anderen seite ok ja nein ja das habe ich mir gerade gelacht entkommen sie der stadt und volle gott hat es auf sich abgesehen es ist da dafür dass ich immer gesund nicht habe oder sowas in der art auch so dass zu den stadt haben wir zu schießen wir sind einfach viel zu gut aufgeteilt ich weiß nicht was ich machen muss das noch ein hebel kommen wir an diese sektion kann ich erinnern so dass mich schon wieder nicht anfassen da geht zu den hinrennen direkt und ausmachen so ich habe ich habe es ausgemacht habe ich mal auch aber ist der nächste ausgemacht habe ich sage nein ich sage nein nein das war aus also sind schon vier stadt ohne ich habe alle das werden alle aktiv are you fucking kidding me aber darf ich erstmal aufstehen ich möchte ja du hast mich nicht gelaufen ok ich habe alle ok los jetzt 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 entzünden sie die lichter an den stadt tun ja ich sehe so ein leder wie sie haben wohnen ich kann nichts machen erwartet doch ich kann man ach so ich konnte hier was kaputt machen ich habe mir auch so ein spiegel glaube ich wo es hat man kann nichts machen auf der seite also ich muss bei mir ok ok kann man spiegel zielen dann ja ok wird über eine knarre nahe kann ich nicht mitnehmen keine ahnung was mich hier was hier auf mich wartet da die ruhig kann ich kann ich dich hören ist es ich bin drückt halte ich kann ja nichts zu machen ich ja auch nicht oder beim ersten spiel da ist ein spiegel ich sehe spiegel leuchte auf den spiegel ja muss ich da unten sehen da oben sehen bei dir müsste über mir sein ja nach gehen na 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 wir wollen hier nicht aufstehen es ist sonntag heute wird nicht aufgestanden da ist einer ich sehe ein ja aber den linken so viele sachen für die einstatt oder traurigen heiligen wissen du jetzt sehe ich gar nicht da ist ja blau ja mein visier ist blau deinses grüner thomas zielen ich sehe da wie sie gar nicht mehr naja jetzt sehe jetzt ist es nicht mehr weil bisher nicht mehr brauchen was man schon bei der hat auch grün bei der munition ist ja schon wofür das ist das kann ich nicht aufnehmen scharfschützengewehr halbautomatisch scharfschützengewehr halbautomatisch soll ich erzähle ich kann nicht mit dem jetzt ganz so mitnehmen okay ja ich bin voll wir müssen an diese stadt und irgendwie rankommen die brauchen wir fünf glocken laut und klar der wahre weg wird offenbar lösen und die fünf leuten sie fünf glocken ich habe jetzt machen wir drauf schießen ja warte mal in lagen ding dong schießt einfach wenn die person auf hat auch eine an dem gockel in gang habe ich da 1 2 4 waren hat jetzt ja auch mal so ein gockel geschossen die gockel habe ich oder eine mitte äh was jetzt wie jetzt kommt gott aus dem himmel und zerstört alle zombies ja die tür genau das gitter geht auf so ich nehme sie mal mit meins das wie so ein amiibo ok schon vier waffen ganz gut dann im vier haben so viele waffen wie möglich hier mit schleppen kann ja aber ich glaube jetzt erst mal bei meiner piff puff ok im leben ich nehme die rechte seite ist klar mit amibu wird gelesen ja amibu wurde gelesen viel spaß beim spielen hier so als spielbarer charakter der laute schaut wir haben was geöffnet oder gute idee war ja leon ist so fertig mit allem jetzt müssen wir auch noch rät zu lösen woher soll ich wissen was dann ist da war mit dem pfeil darum mit einem sniper gewerks schiebt da war hier wo da lag noch jemand sie auf sein gas hier ist doch egal hier nimmt frisch ja ich habe nur minze er kann er da oben warte moment du bist ganz ob ich wollte gerade auch ich wollte schon ob sie schießen haben wir jetzt mal die kleinen hier völlig genau weil er rennt jetzt nicht mehr naja warte war aber du bist noch neben ok ja halten sie einfach ab halten sie einfach ab halten sie einfach ab ich glaube die hat erwischt ja irgendwie schon ne die war gerade noch am leben ja neben der aber ja eine bahn kanate wo sind welche wo sind welche auch man häckig schießt es schon auf zivilisten bei mir rennt ja jemand ging aber die ist unten die dicke die dicke ist unten die dicke börter da du bist noch leben ja ich bin wir müssen etwas tun wenn leute wenn leute tot sind sterben sie ja das tötet leute da müssen du da oben ich bin da oben ich bin da oben was jetzt wir nochmal runter komme ich immer der naht mit deren mit ihren namen mit ihrem namen drauf ich glaube wir müssen runter ja da kommt sie an der halbe müssen den erledigen da ist die dicke börter da habe ich einen tic tac auf den angesetzt noch nicht mehr ich nehme jetzt mit keinen schaden von einem brandgranaten da möchte ich zusammen zocken ja 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 ich glaube die dicke börter ist es gleich ja 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 also sie hat mich voll gekostet aber ich war ich will auf die zuren von mir in den weg gekostet ich will das so nähe da gehe ich nicht die dicke börter hat mich umgebracht auf dem weg wieder aus dem weg ich weiß nicht so ein wenig ich glaube die band granate hat das dinge wie ein zünder oder ich hätte bei der save spray einsetzen müssten ja noch einmal gar nicht wieder hatte ja genau es war ja es war warum wir nicht gleich so ich gehe nicht ja keine park leute wir werden hier nur alle vergast oder sowas in der art aber keine panik leute da hat einer wiederum geschmuckt ich dachte dass man die kirche öffnen dass wir die tür öffnen muss aber auch die dicke börse ist und granate granate perfekt von er ein bisschen auf abstand jetzt haben wir auch klettern weg ich weiß nicht ob ich schaden mache ja ich muss also ein stück muss ich ja rangehen also treffe ich dir nicht richtig das ist dunkel ich kann sogar hochwerfen ja ja ich habe es ja gerade getan da auch nur noch ein schuss mit bei der sniper wenn ich gegen mich kollege ich würde auf die schießen aber ich sehe die nicht da oben im dunkeln ich sehe sie auch nicht da oben aber sie ist da oben immer mehr ins licht das sind zombie und das ist ein zombie runter gejumpt da wie die geflogen ist ja bei mir bewegt sie sich gar nicht da unten aber was die dicke wird ist wieder und egal ich wusste die ja wahrscheinlich mit allen zombies da läuft sie halt schnell oder katz ihn wie ich glaube noch ein fahren lassen ich habe den schatz hinterlassen ja eine karte ich habe ich habe mit schiefen bekommen aber sehr gut so jetzt war alle tot sind jetzt können wir ja und ja natürlich kräuter 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 rot und gut damit sechs kräuter ja ich habe jetzt insgesamt neun kräuter behält und ab in den behälter jetzt habe ich zwölf tic tacs oder oben ist alles sind tot hey ihr seid noch noch am leben so fähigkeitspunkte und so glaube ich nehmen kann hatte man kann hatte also bei mir gehen wird ja ich habe hier nichts egal wo da noch geboten hat ach so ich kann ja auch wieder hochklettern ja dann gehen wir mal weiter jetzt so warte moment das war nur fähigkeitspunkte scheiße aber da 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 ist was auch was ist es so ein schatz 4.000 fähigkeitspunkte das ist eine menge helena so weiß ich lass uns weitergehen in tod und verderben zum extrem feuer empfinden ich habe ich habe jetzt gedacht da steht zum extrem freundlich warte stellen sie untersuchungen zur unterirdischen labor an wirklich hier unten ist ein labor ja gott wissenschaften ja hand in hand natürlich war auch absolut oder sehe ich war doch von anderen seite wenn man dadurch den schlitz kurz ich habe jetzt kommt wieder so eine jumpscare oder irgendwie so ja da bei mir ist was drin das sieht mir aus wie ein schreihals bei schau mal auf meiner seite rein schaue ich mal hier rein mein stück ist da ein bisschen schöner auf ja ich sehe da zwei kisten sonst nichts hast du gesehen was du was da drin ist ja so das heißt hier nicht mit gewalt öffnen dass mein akten schrank jetzt erlegen achten schränke die ziffern auf den türen hängen wohl zusammen ich verstehe warte mal wir müssen die kombination von den türen hier eingeben dann geht wahrscheinlich die tür auf wo ist der schreihals war hier dann machen wir den hier so geht um an die konsole ja was muss ich denn für eine nummer eingeben die erste sieht man gar nicht also ich sehe die letzte ja die zwei sieht man da ist 012 also nehme ich mal ein tu mal 022 versuchen weil da ist ja schon 012 ach nee halt du kannst jede taste nur einmal drücken und dann 22 nee du kannst jedes hast du nur einmal drücken dann 22 nee warte 1 0 2 ja ok die tür geht auf da soll man rauskommen noch lebt noch lebt noch ja natürlich mein genie steig ja